Und damit und herzlich willkommen zurück zu Tower of Fantasy, wo wir offenbar gerade nicht willkommen sind. Ja, und reden wollen sie jetzt auch nicht mehr mit mir, okay? Na gut. Ich habe solche Brüste. Sehe ich aus wie ein Mann? Franz informiert uns darüber, warum Sie hierher gekommen sind. Unfortunately, wir haben nicht viel Informationen über die Abnormale Energienflüsse der Astro-Omnium-Tower. Everyone at the shelter is worried. This is not a permanent solution. Franz submitted a report detailing that you triggered momentary space-time distortions during combat. Is that true? Yes. Also related to you, in the Executor Orders database dated half a year back. You and your squad went MIA during an operation. I... I was an Executor? Indeed. Indeed. However, we still don't know what happened to you during the last six months. But as you can see, we're facing many difficulties. The heirs of Ida are planning something and the issues with the Omnium Towers need to be resolved urgently. Okay. What is this? What is this here? Welcome to Hykros. I'm Elric, Archon of District 9. Greetings, Archon Elric. Captain Klima has informed me of your situation. I'm delighted to see the return of one of our steamed executors. Franz said that you lost all your memories upon your rescue. Is that so? Yes. I can't remember anything that happened before then. The report also mentions that you possess excellent combat skills. It looks like you have retained your past training and skills. Which is to say, you can still perform your duties as an Executor. I have no doubt. However, a full inspection is still required before you return to active duty. We will log your data and upgrade your suppressor with the latest modules. Understood. I am ready. Are you ready? Are you ready? My job is ready. Maybe not my way. Oh, okay, was habe ich denn jetzt hier alles? Äh, tippe Escape, wechsle die Suppressoren. Okay. Beginne die Identitätsverifikation und tausche die Suppressoren aus. Verbessern. Verbessern hört sich immer gut an. Okay. Äh, mit wem rede ich denn jetzt? Mit dir? Eigentlich mit beiden, oder? Deezer's been treating you. Franz? Hey, have you told them everything? Not entirely. Same old you, everything's a secret, yet you still want people to go out on a limb for you. There is no confirmation of what happened to our returned Executor. We found an unknown string of virus in their suppressor chip during the inspection. The virus tried to infect the Executor's Orders database. Thankfully, we found it in time and isolated it. But as soon as it was discovered, it initiated a self-destruct sequence. We did not manage to discover its origins. Oh, is that true? You really lost your memories? We did a full inspection. There is evidence that someone wiped their memories. Aside from that, we find no abnormalities. Hallo. Ich stehe immer noch vor euch. Ich bin ein Mädchen. Elric. Could it be that incident from half a year ago? What are you talking about? I'm sorry. I will assign someone to get to the bottom of what happened to you. I hope it does not damage the trust between us. Don't catch your breath just yet, Arkhan. There's still another grave matter. Eason Hunter? Eason, he's an engineer at the forward outpost and has been with us for six years. What about... Oh, sorry. What? Eason? How sure are you about this, Franz? Also irgendwie hat er keine Lust mit uns zu sprechen. Wir kriegen nur den Text hier. I checked the visitors records. Eason just left the outpost lobby. The security records can show us his most recent route. Let's see what he has been up to. Wenn natürlich nach jedem Update die Texte plötzlich verschwinden, beziehungsweise die Tonspur, dann ist das doof. In Schärfe die erste Bombe. Was? Wie, wo? Diese Bombe. Oh Gott. Äh. Hallo? Ist die hier? Äh. Vermeide die roten Kabel. Benutze die Zange, um das grüne Kabel durchzuschneiden. Welche Zange? Oh. Achso. Ah. Okay. Okay. Ich schärfe die zweite Bombe. Ist hier reingegangen? Moment. Möchte ich das kaputt machen oder so? Ah. Äh. Okay. Oder so. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Ich wollte das eigentlich zerstören, aber so ist es natürlich noch besser. Kann ich das Ding irgendwie, achso, hier mit bewegen, ne? Wahrscheinlich. Das ist wie so ein, boah, komme ich da ran? Das ist wie so ein Greifautomat hier, ähm, auf dem Jahrmarkt. So, erstatte Elric-Bericht. Kann ich da so runterspringen? Das ist ein bisschen hoch, oder? Oh. Es ist trotzdem ein wenig hoch. Ich, Idiot, habe die ganze Zeit Kumpel gelesen. Plan B. Okay. Ist das nicht kalt hier oben? Oh. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Äh. Achso, ich soll direkt die Bombe finden. Ah. Okay. Ich dachte, ich muss erst mit ihm reden. Ah. 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 Was ist das kleine Ding? Der Forno ist waiting! Wir können zurück nach der Explosion! Hurry! Grab ihn bevor es zu late ist! Ist das... real? Ich weiß nicht, wie weit weg ist. Ich muss ihn jetzt finden! Franz, wir haben uns verabschiedet. Ich benutze die Chronoswicht. Verabschied? Du meinst, du... Eason hat drei Explosiven in der Lobby und auf dem Dome geöffnet. Ich habe sie nicht geschafft, zu verabschieden. Aber den habe ich doch schon mal versaut. Aha! Oh! Wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft? Nein! Boah! Oh! Okay! Hallo? Warte! Warte! Also, wir sollten nicht darüber sprechen, wie das hier. Jetzt, dass alles geschlossen wurde, ich hier nicht mehr benötige. Keine Angst. Ich werde die Probleme über die Towers der Omnium-Tower zu Paul erzählen. Was für mich? Du? Du hast dein Arbeit geöffnet für dich. Hör, wenn ich dich wäre, ich würde nicht alle, was sie sagen würden. Nur bitte, dass du nicht die Archon entschuldigst. Du hast eine blöde Zukunft vor dir. Oh, ich habe fast vergessen. Ich habe ein Geschenk für dich. Geh es, wenn du Zeit hast. Ja, gib es mir doch einfach. Ja, toll. Äh. Ja, Zeit hätte ich jetzt mal eben kurz. Ich weiß aber nicht, was das Geschenk ist. Ist das das, was hier so leuchtet? Das ist doch kein Geschenk, oder? Nee, das ist Transport oder so. Der hat aber auch gesagt, die Treppen hoch, ne? Ah, ich weiß es nicht. Wir gucken erst mal, was der Typ zu sagen hat. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, Sie verstehen. Als für Zeek, Hykros wird die lateste intel zu Ihnen via Franz und verabschiedet werden. Ich hoffe, dass Sie uns die Problemen mit den Omnium Towers und den Heirs von Ida verabschieden können. Also, das ist wo wir mit den Weg gehen. Ich hoffe, Sie können Sie über meine Erwartung. Ich versuche Sie, Sie werden alles zu Ihnen in der Zeit. Ja, das ist ganz schön. Access level verified. You are allowed to proceed to Hykros, Parliament. Uh, yeah? Apologies. Mia was unable to obtain any useful information. Did you find any other clues? Only some bad news. The Heirs of Ida seem to be plotting something in the shadows. Was Zeek's choice really worth it? Zeek is the victim here. We must stop the Heirs of Idas conspiracy. Yes. I promised Hykros that I would help them resolve this crisis. Oh, and Franz said he left me a gift. I wonder what it could be. Yeah, that I wanted to find out. But... Ah, now is also shown to me where that is. That is very good. Oops. Ja, ich sag doch die Treppen hoch. Äh... Darum. Hallöchen. Hallöchen, Cobalt B. Hm. Who might you be? Franz asked me to pick something up from you. Franz? Yes. I remember now. Here's the Falcon he ordered from Banjus Tech. It's yours now. Ah. Jetzt kommt bei der Sache schon leer. Falcon? This is... For me? This is the best that the vehicle research department has to offer. I suppose. According to the manual it runs on pure Omnium. Has carbon alloy body and magnetic brakes. 280 horsepower with a torque of 300. Speed up to 230. Oh, just 230? We might be able to increase the engine efficiency by 20% if we tune the transmission a bit. Or... Never mind. Well... It's not an easy vehicle to drive. Don't get too cocky before you're familiar with its capabilities. I'll be careful. Thank you. And goodbye. Don't mention it. I happen to have something to do at Hykros anyway, so... It was no trouble. Pack ich den jetzt einfach in die Tasche oder muss ich von hier aus fahren? Let's test out the Falcon. Okay. Fahrzeuge. Freischalten. So, der Falka. Ein Omnium-Motorrad, das von Hykros massenweise produziert wurde. Stößt kaum Abgase aus, fährt leise und ist extrem kosteneffizient. Die perfekte Wahl für Wanderer, aber beim Fahren ist trotzdem Vorsicht geboten. Ja, ist ja im Endeffekt das. Hab ich doch gerade. Hä? Warum muss ich das nochmal machen? Keine Ahnung. Äh... Mit V fliege mit dem Falken. Wieso kann ich damit fliegen? Äh? Moment. Ich schreibe mir jetzt erstmal auf V-Motorrad. So. Damit ich nämlich nicht nochmal wie blöd da stehe und nicht mehr weiß, was ich drücken muss. Soll ich das jetzt drücken? Ich soll das jetzt drücken. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum ich damit fliegen soll. Ich fahre lieber damit, aber... Uh... Wo muss ich denn hin? Äh... Da. Ja. Hallo. Oh. Scheiße. Wieso durfte ich denn jetzt nicht mehr fahren? Ich wollte gerade wieder aufsteigen. So. Äh... Ja. So. Treff dich mit Franz. Ja. Der ist ja hier. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Oder sogar kurz nochmal mit dem reden können wir eigentlich auch. Oh, you made it. I was just explaining the situation to Paul. Hykros wants to shut down the tower, right? Yes. Archon Elric asked us to find a way to shut down the Omnium Tower. But, what should we do exactly? Oh. Elric. Leaving such an important job to us. I've checked the internal structure of the Omnium Tower. It's a mess. It'll take some time to rearrange the energy pipeline. Oh, wow, Paul. You know how to stop it? Cut to the chase, Franz. If you have a way, just spit it out. Simply put, we need to find something called Astrum. Have you heard of it? Astrum? What's that? It's a kind of artificial Omnium Crystal, and a very efficient energy storage medium. We need it to power the cooling system inside the Omnium Tower. But unfortunately, after the Cataclysm, the technology to produce it was lost. It won't be easy to find a complete piece of Astrum. Luckily, I have some friends who deal with things under the counter. They shared some valuable information. There's a fighting competition held around here, and the organizer seems to have put up a piece of Astrum as the reward. A generous prize indeed. So you're saying we should try to win the competition? Well, you know I've said it before. Fighting really isn't my forte, so... Good. Leave it to me. I'll win the competition. Jo... You see... Jo... ... ... dass wir dann hier erstmal einen kleinen cut machen wie er sicher schon mitbekommen habt habe ich etwas probleme meiner nase und ja ich wollte aber trotzdem noch die folge aufnehmen damit ihr nicht zu lange darauf warten müssen wie es weitergeht ich hoffe ich krieg's bis zur nächsten aufnahme einigermaßen im griff weil es ist gerade so ein scheiß nass kaltes wetter und naja da bleibt es halt nicht aus dass man sich dann auch mal erkältet ich bedanke mich erstmal fürs zuschauen und hoffe wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dann